Boah, leider muss ich neu aufnehmen mit Dreck gegen Hurensohne. Fickt eure Mütter, wenn ihr das Video... Warte kurz. Lol. Ah, ich hab's kurz zum Ausrasten gekocht. Ich wollte es. Wenn ihr dieses Video schaut, fickt eure Mütter. Ich hab's gar nicht gesehen dahinten. Wo? Da steht doch schon direkt dahins. LOL. 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 Hörst du das? Merry Christmas, bisschen. Ne, ich mein, den Sound der Geschenke hier müsste auch einstehen. Hör mal hin, genau, den Sound. Ja? Jetzt such dir mal, jetzt such mal die 8 Stück. 8 Stück, okay. Ich sammle währenddessen drei. Ach, mein bester Kumpel, Freund, Bodi. Ui, ich ess dich auf. Uff. Mir fehlen doch, je weniger Rosen dir fehlen, um so viel mehr ist es. Aber? Bro, du... Bro, ich will jetzt grad nichts sagen, ne? Aber das Spiel nimmt mehr Wärme als COD, Digga. Ich weiß, krass, ne? Ich hab 70 Grad, äh, GPU fast, 68, das hab ich nie. Ich hab 84. Oh, Gott, Gott, Gott. Ich hab jetzt auch meinen Lüfter grad auf 100% low. Alter Schwedel. Warte, die Geschenke hier noch eins, vielleicht? Einfach hören, Bro, du hörst das. Die machen Geräusche. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ob hier beim Feuer eins war. Ich weiß nicht mehr, Bro. Ich hör aber nichts. Warte mal aus, bis du im Haus bist, Digga. Da hörst du nur die ganze Zeit Geräusche. Also wenn der XC Retalk Beats ein Geschenk haben will, er kriegt gerne meinen Schwanz. Nimm. Aha. Ah, fünf Rosen. Fünf Rose. Warte. Und halt. Danke. Können jetzt drei Rosen sein. Oha, Lorne, wie viele Geschenke sind hier in der Wohnung? Also insgesamt gibt's zehn. Auf der Map? Ja. Hast du schon zehn? Ich hab schon alle. Ah. Mal kommt durcheinander, Bro. Oh, Rot. Geschenk. Merry Christmas. Merry Christmas, du Hurensohn. Verpiss dich. Zack. Der arme Demo, da wird der ganze Zeit gekillt. Der arme Demo, da wird der ganze Zeit gekillt. Wo man kann sagen was will, aber das Spiel ist echt dunkler geworden. Das ist es auch. Ja. Unglaublich. Ich hab auch noch Geräusche, wo ich alle eingesammelt hab. Und vier hab ich. Merry Christmas, du Hurensohn. Wer war ich? Ich bin ich behindert oder was? Ich meine, rennen sie um die Scheiß ziehen. Fünf. Drei. Sechs. Wenn ich Ziegen nicht suche, dann find ich nur Ziegen, ne? Ja, sind ja auch schon alle frei, Bro. Eine liegt schon im Kessel. Sieben hab ich. Fehlen ja noch drei. Aha. Oben, oben, oben ist nicht mehr komisch. Ich weiß, in einem Raum sind zwei, das weiß ich noch. Mhm. Aha. Hier ist ein, oh hier sind zwei. Neun. Wo ist die eine jetzt? Scheiße. Mega-Teil-Rosen, wo sind die, Alter? Scheiße. Boah, die eine zu finden, Digga. Boah, die eine zu finden, Digga. Na, müsstest du eigentlich hören. Mhm. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das gibt's doch nicht. Mann! Okay, vielleicht im Keller nochmal. Okay, vielleicht im Keller. Leider finde ich nicht. Versteh ich nicht. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher, oder? Ich bin sicher. Ich bin sicher. Was ist das Problem? Was ist das Problem? Versteh ich nicht, ey, Mann Ich steh grad draußen auf dem Käfig, Alter Oder war einer im Spawn direkt, wo man durch die Dinge muss zauern? Da müssten drei sein am Spawn, glaub ich Eine, also die einen, die du am Anfang gesehen hast, dann die einen in dem kleinen Hütchen und dann eine vorm Haus Ich glaub ich... Also ich bin übers Zorn einfach gesprungen, ohne zu gucken Ich bin nur mal vorm Haus Mann, ey Wo? Hier vorm Haus, hab ich dir doch gesagt, hast du geguckt hier Ja? Ich hör ja nicht mal was, deswegen Ja? Ist weg Vielleicht, äh, beim Haus auf der anderen Seite? Hm, das kann sein Da an der Wand gucken Ich seh keine Hosen mehr, keine Ahnung Wo die sein sollen Hosen ist echt schwer Oder hier, nein Ah, ich hab... ja Ja Zähmstück Können loslegen, wa? Ja, dann hol dir ne Ziege und dann... Ich hab genug gesehen Sollen wir den alle in einen Raum sammeln, Bro? Dann haben wir das easy fertig Meinst du nicht, wir können die auch hinten beim Dings sammeln? Wo? Oder rennen die dafür zu viel Ja, ja, die rennen... wir können die unten im Keller rauben Unten, unten diese Ding, du weißt schon Im Keller willst du die sammeln? Ja, weil da ist doch eine Tür, ne? Können wir auch machen Ja, kommt besser Hier ist eine Was haben wir da? Ja, unter deinem weißen Tisch, guck mal Hä, willst du mich verarschen? Wichser Der da... Oh Mann, ey Hier, komm her Ja, eine hab ich Ja, mach Tür zu dann Und dann geduckt rein, genau wie immer Mach geduckt? Ja, ja, erkennst du das nicht? Ne, ich wusste... Bei geduckt reagieren die nicht, wusste ich nicht Genau Ja, wir haben das doch schon mal gemacht, oder nicht? Oder bin ich dumm? Ja, aber ich hab da nicht aufgepasst Achso, egal Bei geduckt... Bei geduckt rennen die nicht weg Okay, gut so Genau, ich mach Tür auf und geh geduckt rein und geh wieder geduckt raus Und dann mach die Tür zu, damit die nicht raus können, so Hier ist... Hier ist keine drinnen, Bro Ah, doch, doch, doch Funktioniert Die rennen nicht weg, ne? Siehst du ja Ja, ja Nur mal anfangen, wenn man die fallen lässt Genau So können wir das eigentlich easy schaffen Ja, doch, safe, safe, safe Sogar auf Albtraum kann man das so schaffen Ja, so muss man es auch wahrscheinlich machen Ja Hier sind zwei im Gang, aber ich hab kein Heu untergeschossen Hm? Ah, ich hab auch einen Ah, du lass direkt nochmal Heu sammeln und das da hinlegen vorne Hm? Und wenn nicht so weit laufen müssen Einen können wir sogar in den Behälter rein tun, hast du? Hab ich schon Ah Ah Ah, nein, nein, nein Ah Ja man Ja man, ja man Ja man Na, das geht gerade sehr schnell. Ich finde ganz einfach nur Ziegen. Ist gut. So, Digga. Jetzt geht's ab. Zähl dann gleich mal, wenn du drin bist. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sechs. Eins, zwei, eins, hab ich in der Hand, zwei, drei, vier, fünf, sechs, okay, sechs. Ja, ich hab noch eine. Sieben, dann? Sieben plus die eine im Kessel sind es acht. Also noch zwei. Zwei, genau. Digga, wenn die Runde nicht snack wird, dann weiß ich auch nicht. Ähm. Wo ist eigentlich die Alte? Ich hab die gar nicht mehr gesehen. Ich schör die nicht mal, nichts. Der Fluss. Ist der Dämoniker, püssig? Deine Mutter. Deine Mutter. Hier ist noch eine. Ich hab eine. Ja, ich auch. Dann haben wir alle, glaub ich. Alle. Kannst du nochmal zehn, aber ich bin mir sicher. Jo. Haben wir genug Koi, hoffentlich, dann? Ich glaub schon. Ja, se. Nee, müssen wir sammeln erst. Ah, stimmt. Ja. Die liegen nicht genug. Die haben wir ja gerade benutzt. Ich hol schon mal Heu. Zurück, zurück. Zurück, zurück. Boah, wenn die Frau da reinrennt, dann haben wir ein Problem. Na, dann... Also, fünf brauchen wir. Na, auf der anderen Seite von der Wohnung ist immer... Ja, aber hier ist gar nichts mehr. Nee. Hier? Aber... Hier drin. Aber wir kann, ist der genug? Ja, ne? Eigentlich müssten wir so machen. Einer holt, einer brennt. Ah, stimmt. Ich hol da nicht. Ich riskiere. Glaub ich. Okay. Hast du das Puck drin? Ja, ja. Gut. Digga, es gibt kein Heu mehr. Das kann nicht sein, Digga. So, Digga. Das kann nicht sein. Als ob wir kein Heu mehr haben, Bro. Mich verarschen. Ah, hier ist die alte. Ich finde kein Heu mehr. Das muss irgendwo sein. Dann ist es wahrscheinlich drin in der Bude. Schau mal auf den Dachboden und so auf. Oh, ne, schon, Digga, ne? Halla, allah. Was hab ich mir? Sechs Stück liegen hier. Wo? Achso, ja. Bei uns da. Versteh ich nicht. Komisch. Ich bin allein. Ja, zur Not müssen wir halt erstmal drei benutzen und dann erst weitermachen. Wenn wir jetzt keines mehr finden. Wir müssen uns ein paar verbrennen wahrscheinlich. Drei, vier, brennen, verbrennen. Ja, safe. Safe. Ja, drei Stück. Machen wir dann. Kriegen wir hin. Solange wir die Tür unten nicht öffnen. Komm, Alde, piss dich. Geh mal beiseite. Du sollst beiseite gehen, Land. Soll ich verbrennen oder eine holen? Ich suche noch. Es gibt wirklich keine mehr. Eins, zwei, drei, drei, drei. Ja, dann hol dir schon mal die erste. Dann verbrenne ich die erste direkt. Warte. 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 Komm. Du kannst verbrennen. Jo. Warte. Warte. آپ. Mann. ist hier direkt keller digga schlampe kommt die hinein und auch junge ja die kommt 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 warte ficken wir die weg kom 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 ich hoffe wir gehen nicht weil keller weiß ich ja die kommt ok gut ich mach weiter und ein dämon hat mich ja ich bin tot was laberst du stand hinter mir habe ich nicht gesehen ja soll ich die verbrennen soll ich die verbrennen ja mach ruhig lange nicht stirbst wo bist du denn dachboden was laberst oha junge so ein müll kann man unter kombo schon hätte ich die batterie mit genau was kommt ich bin hinter dem super 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 was ist hier was will dieser balle Bi, bi. Da kann er wieder stehen, stehen. Den Sound kennt der Balle. Aber sei gut. Ja, sollen wir Heu suchen? Ja, lass erstmal Heu suchen. Ich weiß, eins hab ich verloren dahinten. Du dreckiger Dämon. Piss dich. Drei haben wir verbrannt. Sechs Heu liegt hier, also fehlt noch eins. Okay, ich hab... Wir haben genug Heu. Der Balle wird nie wieder stehen, stehen. Oh! Oh! So, Dicke. Wir haben einen Vorliegen. Wir haben eine Auswahl. Ja, wir müssen nicht die Abfahrt abkennen. Untertitelung ist nicht nur der Abfahrt abkennen. Das ist eine Abfahrt abkennen. Er war aber auch der Abfahrt abkennen. Ja, wir schauen jetzt weiter abkennen. Er wurde einfach das Abfahrt aufbauen. Chút! Ich habe die Abfahrt abkennen. Ja, wir schauen. Das war der Abfahrt abkennen. Ja, was wir schauen. Trotzdem kein Heus. Heus. Wir haben genug. Echt? Ja. Oh. Ja, ja. Ja, ja. Ey, die ist hier. Hier, hier, bei mir. Ah, fuck, die hat mich. Geh Keller, geh Keller, geh Keller. Schlampe, du. Egal, Digga, wir nehmen die auseinander, mir scheißegal. Hattest du schon eine? Ja, in der Hand. Aber die sind alle dort noch. Ja, zwei sind raus. Scheiße. Wo, ich nehme die so auseinander? Was machst du da schon wieder, ist der Def? Monatsabrichtung, Monatsabrichtung. Ey, du bist echt... Hol dich heute, ey. Nimm dann gleich Heu und hol die. Die, die, die... Warte doch mal. Die gammelt da unten rum. Ja. Scheißfotze, ey. Mann. Natürlich kommt die. Ich bring die alte weg, komm. Come on. Mach... Mach direkt. Direkt? Ja. Soll ich verbrennen oder was? Pass auf, die kommt zurück, die kommt zurück. Ah, ah, ah. Hast du die Zige? Ja. Ich hab die drin, ich hab die drin, ich hab die drin. Geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ich hab keine PV. Ich schon, aber renn weg. Die sind hinter dir, glaube ich. Ja. Sie auch. Weißt du, wo ich mein UV lade? Auf den Reifen. Kennst du, ne? Naja. Oh. Jasper. Jasper. Hasst du dir eigentlich die eine vorhin wieder eingesammelt? Welche? Welche? Die unten im Keller noch feiern. Ja, 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 ja. Die ist doch im Kanister drin, der Ding bumsst du ihn. Ey, warte. Die hab ich schon verbrannt. Die kommt, Bro. Irgendwas. Ich weiß nicht. Ich halt. Ich halt. Ich pass auf. Komm rein, du Dumme. Ja. Genau so. Jetzt geh schnell. Oh, sie kommt. Piss dich, piss dich, piss dich, piss dich, piss dich. Pass auf, sie steht vor der Tür. Ich hoffe. Ich hoffe, dass die mir hinterher rennt jetzt. Bitte. Na komm her, du Schlampe. Hure. Der hat rote Augen. Mann. Warum hat die rote Augen? Ja. Ich mach die so fertig. Bringt sie dich hin? Oh, raus, raus. Hinterm Haus. Ja. Ganz, ganz hinten. Ich kann sowieso auf die Reife. Aber wer eine Ziege ist jetzt. Ich weiß, die ist jetzt die Tür zugemacht. Ich hab die Tür zugemacht gerade, ja. Sehr gut. Ja, jetzt ist es ein bisschen schwerer, weil die ausrastet natürlich. Naja. Aber machbar ist alles. Hinterm Haus. Drei Dämonen, Allah. Renn, renn. Mann, ich... Ich wollte Heu nehmen. Jetzt rennen die da alle rum. Pisse ich mal in dumm Sch... Kackt im Mund. Hallo. Hey, die Tür ist hier offen. Warum? Warum öffnen die Zombies Türen oder was? anscheinend schon ja wo nein nein ich hab die zombie weggemacht achtung ich hoffe die kommt gleich bitte 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 sind das die letzten oder was ich glaube danach ist nur eine ich verbrenn die armen ich habe einen noch reingemacht sehr schön weiter so ja 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 aber ich habe noch eine dritte reingemacht alles gut ich hatte kein uv mehr weißt du man ich habe einen in der hand so alles gut das gut nicht verbrennen würde ich sage ich weiß nicht oder doch was sind ich reingemacht da liegt keine das war was du da liegt irgendwo dahinten ja dann sammeln die gemein oder verbrennt schon mal die letzte das kann ja ok lol verbrennen damit sie gestanden mache ich mache ich mache ich mache ich soll sie rumschreien sie schreit jetzt und jetzt sagt keine mehr ich sehe nichts ok dann müssen wir zwar sich verbrennen ich verbrenne ich verbrennen direkt ich hab die letzte in der hand die alte ist hinter mir mach schon mal an mach an sie kommt ja 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 er zu zweit auseinander genommen ja 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 jetzt kann man normal spielen wir müssen eh nur die dinger sammeln ja die geschenke ja hörst du mich? normal spielen ne? ne wir verbrennen halt nix damit es nicht nerviger wird wir suchen einfach nur die zehn geschenke hof jeder mein Bütz hof jeder mein Bütz erh die Wura auseinander genommen wo? ja man snowball fright noll Ich hab ein Level Up gemacht Alter, was für XP, Digga Hey, ich kann dieses Outfit nehmen Ja, geht nicht Bei mir schon Warte, ich drück doch drauf Ja, muss glaub ich, warte ich mach mal neu Lobby Dann glaub ich gehts Eins ins Null Komm rein Ja, also alle Räume aufmachen und Geschenke suchen Hey, Verbindung abgelehnt 1,1,2 1,1,0 Bro Ich bin behindert, guck 1,2,1 1,2,1 Sieht aber nicht aus wie eine Frau, aber ja MacFrosty, Digga MacFrosty Wir lassen das Video laufen Wir lassen das Video laufen Also f*** deine Mutter, weil ich es hier Wenn du damit nicht einfach bist F*** deine Mutter Wenn du das Video schaust, f*** deine Mutter Wenn du das Video das sagst, f*** deine Mutter Können Leute gucken, wenn sie alle Geschenke suchen Stimmt Alter Hör mal direkt, ob hier irgendwo was ist Geschenke, 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 Geschenke Kein Geschenke bei sich Hier ist nichts Hier ist nichts Hier ist auch nichts Jupp Ich finde sogar hier zu suchen ist einfacher Naja Na geht schon Geh mal kurz runter Geh mal kurz runter Verbrenn mal kurz die alle Oh mein Nacko Gesundheit Danke Irgendwie ist komi Ah Ich hör was Hier hier hinten Ist bei dir auch hier? Ja Alles Den Nix haben wir nach oben Ich bin sogar oben Loll Ja dann suchen wir jetzt gleich mal hier unten Als erstes Aha Ah hier Das war doch so klar ne Ja Nice Not really Das ist hier nichts mehr Ah Ah Bis dahin Bis dahin? Bis dahin? Ja der Weg zurück Ah Ich hör irgendwas Oder? Aha, aha Ich hab irgendwas gehört Hast du auch gehört? Ja ich hör die ganze Zeit irgendwelche Sachen Aber ich such jetzt erstmal hier noch den unteren Bereich ab Hier Hier unten Eindeutig einfacher als die andere Map Eindeutig einfacher als die andere Map Eindeutig einfacher als die andere Map Mh Auf der anderen Seite ist was ja aber Auf der anderen Seite ist was ja aber Merry Christmas Ne da war nichts Ok dann auf nach oben Hier Hier War letztes mal Hier drüben Hm? Ah Ah Weiß man eigentlich was man danach bekommt? Ne ne? Du bekommst so ne Kutte Achso Für alle Charakter Ah Ach Gott pissig Was will die denn alter? Was will die denn alter? Du bekommst so ne Kutte Hä? Hat die Ah ok Hier ist eins 18 Das ist interessant wenn man den Schlüssel einsammelt kann die alte dann auch automatisch das Zimmer öffnen Das ist interessant Ok Wo bist du? Hä? Bin ich dumm? Hier Vor dem Sch- Am Eingang Am Eingang Bro komm raus Hier ne? Ja Ich hab vorhin da was gehört auf der anderen Seite Ja Ich hör was Mal hier gucken Hier ist nichts ok Das ist ein Neubau Spen Spen Ich sage das Spen Ich kann ab otro žen Spen 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 Als ob hier auch nichts ist. Aha. Ein Loch. Da. LOL. Fertig. Jep. Dann können wir raus. Okay. Ich meine, die Geschenke bleiben ja. Man muss die Runde nicht beenden. Willst du deinen Folgen beitreten? Ja. Geht nicht. Ja. Es wird offen. Ey, aus für Asso. Ja, weiter geht's. Ach halt die Fresse, Digga. Scheiße, hinterher Haus. D-B überprüfen. Nichts. Hier. Gesehen? Mhm. Ja. Ich höre von laut eins. Alter. Was ist das? Von laut. Wo ist das? Wahrscheinlich oben. Hier. Hier. Na hier. Ja. Sind auch so kleinen Lieber. Sieht man direkt. Hier noch eins. Oh, das geht aber schnell hier. Hier eins. Bestimmt. Bestimmt mit da drin noch. Schau mal hier, weil ich kann's auch so nicht. Bunker. Okay, hier ist nichts. Mein Bunker? Bunker. Haha. Bestimmt bei der alten. Ey? Ah! Okay, hier ist aber keins. Wie? Wie kann es sein? Wie kann es sein? Wie sieht das? Wie? 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 Wie viel? Wie? 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 Alter, was gehts hier ab hier? War da noch eins? Ne Ich hör, weil ich hör voll laut Hier ist irgendwo eins voll Wenn du so rumladen, hat mir die Fresse Rechts Ich weiß, ich hör hier auch voll laut, ob ihr das kennt Hey? Die ist wahrscheinlich über uns Na Um, ne? Würde ich sagen Ja, warte mal, kann man hier auch machen, nein Hier, Bro? Hier Hier Warum da ist das für? Ähm Hier Ah, hier Noch zwei Hier, hier Ah, hier Einen noch? Da hör ich's die ganze Zeit Ah, eins noch, ne? Ja Zu hören tu ich nichts Also, Wohnung, da müsste keins mehr drin sein Ja, wenn's noch eins ist, dann lass mal ausschwärmen Jeder sucht woanders, das geht schneller Rauchteilen? Ja, da ist ja nur noch eins Komisch Ja Können tu ich nichts Hier, hier Hör mal, hör mal, hör mal Hä, dies Hast du mich verarscht? Über uns Hä? Hier geht's nicht hoch, ne? Hier geht's hoch Ja Ja Dann hier rum Und müsste theoretisch hier sein Ja, da wo's zu ist, wahrscheinlich Raum 3 Ja, geil Denk ich Ja Ja Also Schlüssel suchen Scheiße Ähm, ne Bro, das bringt mir nix, wenn du mir hinterherrätst Ja Ich wär, warte, ich wär zu dumm Den Raum dann zu finden Warte Der Schlüssel muss aber oben sein Ich weiß nicht wo der ist Boah Ja, ich hab ja Raum 6 in der Hand Was labert der? Buggy Ah, ne Raum 3 fehlt Raum 3 Oder? Doch, Raum 3 war das Ja, Raum 3 fällt Ja, ja Nicht Raum 6, Raum 3 Oh, der ist da drin, ich hör den, Alter Ja Erstmal Schlüssel suchen Ich das hasse Oh Ein Schlüssel ist, du suchst immer ewig Ja, natürlich So oft im Map gespielt, wir können uns immer noch die Spots nicht merken, wo die Schlüsse sind Perfekt Ne man, oben ist es nicht 100% nicht Ja, aber da, hier unten ist es voll laut und ich sehe es nicht Stell mir vor, du müsstest sterben dafür, um es zu kriegen Ist im Spinnentunnel drin Ah Weiß mal, kann auch sein Ah, hab's Raum 3 Wo war das? Lol Unten in diesem Waschraum Ah, ok Raum 3 Ja, oben halt, ne Komm hoch Da ist es Ok Spiel verlassen So, jetzt nur noch, Stadt Und dann haben wir das auch, dann kriegen wir diese komische Kutte Ja Schau mal kurz auf Steam Was hat die denn da? Ach, ist einfach nur so ne weiße Kutte, die Blut verschmiert ist Ja, auch gut Kein mit Leben Time Time to end this Ja, und wenn die anderen auch lämeln wollen, müssen wir halt schauen, dass wir zocken ein bisschen Wie soll ich das Video anschauen? Können die Geschenke suchen mit Video Wer das grad sowieso anschauen kann Am Anfang halbe Stunde AFK So, meine Damen und Herren, meine Damen und Herren, wir sind zu dem Munder, wir sind so herzlich willkommen bei Mercy Das ist so dunkel an Boah, das ist aber älter Hier brauchst du ja, Gott sei Dank, die Schüssel nur für die scheiß Truhen, ne? Jaja Du brauchst es ja nicht für die Türen Also das wird easy Hier ist nichts Deswegen können wir jetzt schön Äh, Gebäude für Gebäude Gebäude, Gebäude Ja, war nix bis jetzt, oder? So, ich mein, ich hör was, aber ich schau nochmal hier Ne, kann man nicht durch Okay Die Farm ist bestimmt eine Die Fersenstall Ja, lass mal hochgehen zur Kirche direkt und gucken Okay Kann man, kann man sich vorstellen, dass auch einer in der Kirche drin ist? Ja, ja Aha Ja, ich, ich hör schon, ich hör schon Ja, in der Kirche sind welche Schade Schade Ich hätt's geil gefunden, gleich rum Ah, schade Aber drunter Schlau, schlau, wirklich schlau Aber nicht bei uns, Alde Wir haben das Spiel studiert Sicher Sicher Ich komm mal direkt in den Stall rein Äh Äh Ja, ist das komisch Ja, da möchte ich, glaub ich, keiner rein Das wär's Ne, das ist auch nix Ist auch keins, krass Okay, krass Schau mal hier Ne Alter, was ist die denn? Wo sind denn die? WTF? Was? Als habt ihr nur ein paar Gebäuden drin sind Ich hätt's gedacht, soll in jedem eins mindestens Mhm Na, Kirche auf jeden Fall, aber Scheiß mal auf diese Kirche jetzt Ich hör irgendwas, oder? Ne Stimmt unten in der Bank dran Ach Jep Hier unten Ah! Oh! Ah! Oh! Warte! Hier waren wir drin, oder? Ja, hier waren wir. Gib mir jetzt hier rein. Einfach die Türen auflassen. Hier, hier! Hä? Oder? Ja, ist oben. Oben, ja. Ja, das lassen wir mal verspäter, komm zurück. Was soll ich das Haus machen? Ich mach nur die Tür auf, damit wir wissen, ah, hier waren wir drin. Schlau. Hallo. Schau mal. Schlau. Komm her, eine ist hier. Okay. Hier. Hier. Hier ist nichts. Dann haben wir alle. Spring runter. Komm wieder rein. Komm wieder rein. Hm, hätte ich auch gesagt, hier drin eigentlich aber. Ja, ich hätte gedacht, dass da eins ist, aber ne. Ja, auch nicht. Hä? Über uns, safe. Ist das Sheriff's Ding, oder nicht? Ja, über uns. Was? Knappe, was dick. Hier. Hä? Hä? Wo sollen die denn jetzt sein, Digga? Wir waren gefühlt überall. Wir waren noch nicht da, aber der Typ drin war zum Beispiel. Ach so. Okay. Da ist offen, hier ist zu. Aber hier waren wir schon. Der hat zwei Türen. Da ist eins. Da ist eins. Hier. Hinterm Tresel. Hier. Hier. Ja, das letzte ist dann in der Kirche. Wo? Ah, hier. Ja, das letzte ist in der Kirche dann. Na, ab zur Kirche. Da. Easy. Jawohl. Ja. Entsperrt, meine Damen und Herren. Also verpisst euch. Wer dieses Video bis hierhin gefaut hat, fickt euch. Merry Christmas. Denkt ihr wirklich nicht meins ernst? Verpisst euch.